Musik Äh, nein, ich hab hier ne zweite Wasserquelle produziert. Wo kommt denn die Wasserquelle her? Ich hab sie schon wieder auf den Augen verloren. Ich bin auch irgendwo hier ganz am Arsch der Welt. Ich weiß deinen Namen nicht. Also quasi im Arsch der Welt. Oh, ich komme gerade in deine Nähe. Hallo. Hier sind die Höhlen ja so dunkel. Ach ja, ich glaub mit der Höhle wird's nix mehr. Ja, diese Höhle, die ist auch extrem höhlich. So, ich würd sagen, wir machen's noch auf den Rückweg. Ja, stimmt. Sollten wir gleich machen. Ja, das ist die nicht der große Aufgabe. Einen Rückweg zu finden. Stimmt. Erstmal überhaupt nach oben finden. Lebend. Obwohl, da geht's runter. Ja, ich weiß. Aber wo es runter geht, geht's manchmal auch wieder hoch. Jo. Ah, hier sind Zombie. Ah, Zombie, du stirbst jetzt. Oh, was ist denn hier los? Das sieht aus wie Lava. Leuchtet nur nicht. Ah, jetzt leuchtet sie. Ah, Höhe 14, Höhe 14. Hier könnten wir noch Diamanten finden. Theoretisch. Ich grabe mal hinterm Redstone, aber erst mal richtig. Die Lava aus. Ach, kommt vorne. Die Lava aus. Stimmt. Oh. Ah, schöne Sache. Schöne Sache. Okay, hier ist nischt. Ey, hier... Rottestein. 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 Rottestein hat Scheiß am Main. Rotsteinchen und der böse Creeper. Oh, keine Diamanten in der Nähe Bullshit. Man will uns doch verarschen. Jo. Ich glaub, als nächstes könnten wir erstmal rausgehen und dann vielleicht so ein Dschungelcampel nachforschen gehen, weil wir ihn finden. Naja, es ist ja schon gleich Feierabend quasi. Wir waren ja hauptsächlich hier in der Höhle. Oh, ich dachte gerade, meine Maus wäre abgekackt, aber war gar nicht so der Fall. Das wäre jetzt übel gewesen, weil meine Akkus sind eigentlich fast alle leer, weil ich immer zu faul bin, die aufzuladen. Ja, wir könnten gucken, dass wir hier irgendwo wieder hochkommen. Ah, okay, da ist nischt. Wir wollen uns ja auch nicht so Cheater-mäßig hochgraben. Das mache ich immer im Singleplayer, weil mir das dann... Zu blöd ist. Ja, den Ausgang zu suchen, also boah. Ja, wenn ich jetzt ein Minecraft-Let's Play machen, dann würde ich es mir jetzt nicht antun. Ich würde mich schon antun, da durch die Höhle zu jagen. Wow. Irgendwie raus. Hm. Na, ich sprinte manchmal auch durch die Höhle durch, wenn ich dann einfach nur noch raus will, dann kann man das auch ruhig mal machen. Ich will nur einmal runtergucken. Ach, von oben kommt ein Skelett. So, den haben wir auch erledigt. Ja, hier scheint nichts zu sein. Dann können wir eigentlich auch wieder gehen. Ja, hier ist nichts zu sein. Obwohl... Nö, hier ist nichts. Hier ist definitiv gar nichts. Hier ist ein Zombie. Ach, wir sind schon wieder die Fackeln ausgegangen, ey. Ich gehe aber auch in die total falsche Richtung. So, wo willst du denn jetzt tun? Ich bin hier unten in... Unter dir. Höh. Da kommt schon wieder ein... Vielleicht ist da irgendwo zu vorne. Da hinten ist es dunkel. So, warum traf ich uns gelockt? Ach, jetzt. Creeper. Scheiße, ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe auch nur noch 28 Fackeln. Hast du denn Holz dabei? Ja, Holz habe ich dabei. Hast du Kohle dabei? Ja, ja. Dann mach dir doch welche. Ja. War gerade so faul. Alter, wie viele Creeper sind denn hier? Nicht explodieren, nein! Wo bist du? I can... I can see you. Aber... Ah, ich kann nicht sehen. Ich kann deinen... Ich kann deinen Gamertag sehen. Ach, nee, deinen Namen. Deinen Minecraft-Namen. Ist ja kein Gamertag. Wir sind ja hier nicht auf Xbox Live. Du musst hier noch Eisen übersehen. Nein, nicht in... Alter, nein! Ich bin im Arsch. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich komme hier nicht mehr raus. Was tust du? Nein, deine Sachen liegen hier. Mal gut, dass ich nichts aufsammeln kann. Warte, ich tippe dich mal. Dann cheaten wir eben mal ein bisschen rum. Hey! Du bist wieder da. Da hinten sind deine Sachen. Da hinten, da, da. Genau da hinten. Zum Glück habe ich die Jamanen abgelegt. Halleluja. Was soll ich jetzt nicht kriegen? Ich bin schon voll, hä? Boah, das ist nicht voll. Hätte ich ja meinen Müll auch noch mit hinschmeißen können. Hättest du ihn ja auch mit aufsammeln können. Hier, nimm mal mit. Ich brauche das nicht mehr. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Also, ich brauche... Keat brauche ich nicht. Ich brauche dagegen den Helm. Ich brauche auch keine Teile. Ich brauche den Helm. Ich brauche keinen Kobbelhaus. Alter. Ich kriege die Krise. Ich brauche den Helm, verdammt. Hey, ich habe hier was Dunkles gefunden. Alter, ich habe meine Rüstung nicht mehr. Fuck. Doch, da ist sie. Eine dunkle Spinne. Stirb. Oh, ich habe meine Hosen nicht mehr. Ich renne jetzt hier nackt. Ohne Hosen. Rote Hosen. Alter, ich habe nicht keine Hose mehr. Doch, da. Mein Gott, ich bin so blind. Äh. Du bist jetzt... So. Okay, auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Höhe 20. Ach, das ist ja viel zu hoch. Wir begeben uns auf jeden Fall schon wieder Richtung Land. Unter der Erde. Also, wir sind nicht mehr unter Wasser. Fast. Nicht mehr unter Wasser. Ah, Scheiß-Skelett. Oh. Okay, ich sammle die Cola ein und dann gehe ich doch noch mal nach oben. Ich sammle die Cola ein. Cola und Gold. Scheiß-Skelett. Kommst mich schon wieder so an. Machst mich in Ruhe. Schwerte verpockt. Oh, und zwei Skelett nicht. Und da vorne ist ein Creeper. Das ist ja hier wirklich eine schöne Party. Exploziere. Oh, deinen Kameraden. Da ist wieder ein Creeper, Alter. Alter. Noch ein Creeper. Ich logge jetzt einfach mal alle Monster zu dir. Und da sind Diamanten. Wo? Ich muss jetzt nur noch alle Viecher hier bewegen. Komm, stirb, du Scheiß-Skelett. Ach, Gesicht. Warte. Leck mich um Ach, Skelett. Du kannst gleich auch zur Hölle fahren. Stirb, halt, stirb. Schön. Scheiße, ob du jetzt vor hier und die paar Diamanten. Da bin ich. Wo bist du? Wo bist du? Ach, die Diamanten. Ein Diamant. Oh mein Gott. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ups. Hast du auch Diamanten? Jo. Gut. Ich hab einen Diamant. Und du hast ihn alle weggenommen. Bleibt eh im Let's Play drin. Da ich ja eh nie wieder so wiederkommen wäre. Doch, in Folge 400. Du hast das völlig vergessen. Folge 400? Ja. Da geht's dann locker flockig weiter. Aber zu sechst oder zu siebbt. Ich weiß es gar nicht genau. Ich hoffe es klingelt jetzt nicht. Wenn es klingelt, dann drehe ich am Rad. Äh, ich bin vergiftet. Warum? Wir sollten wieder zurück nach Hause. Mhm. Lass uns nach Hause. Ich auch die Meinung. Weißt du was? Wir graben uns auf hoch. Wir graben uns einfach cheaterhaft hoch. Ich hab genug Kompelsdorn dabei, also. Du dürft schneller da sein. Eeeh, ja. Mir geht die Spitz. Geschweder Flüten. Äh, alter Schwede, alter Schwede. Scheiße, jetzt auf das Lape Slatoli. Wie tief sind sie denn? Jetzt sind wir auf 25. Ah, ich sehe schon Erde. Ich sehe schon Erde. Ich sehe schon Erde. Na komm. Ich hoffe dieses Konzept geht auf, sich einfach mal so hoch zu graben. Ja, ich hoffe wir sind nicht mit dem Ozean. Und das wäre, ja. Nicht von... Nein, ich stecke fest. Leck meine Eier. Du steckst fest? Ja. Ja, jetzt... Ach, nicht runter. Ich voll die Wesen nicht hoch. Boah, ey. Ich hab mich jetzt in Schock gekriegt. Ich hab jetzt verheirte ich hier in diesem Tunnel. Ich bin schon lauter Kieb. Das ist schlecht. Nein, da kommt schon wieder Kieb. Okay. So, jetzt habe ich nämlich auch mal mein Wasser weggenommen hier. Und dann nehme ich gleich das Wasser wieder. Um mich noch weiter hoch zu... Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Kieb. Ey. Boah, das Kieb macht mich nicht... Macht mich einfach... Ech, ech. Boah. Verdammt. Oh, ich brauche... Ich brauche Kieb. Komm, der ist auch schön. Hä? So. Scheiß Holzball ist nicht. 1, 2, 3, 8, genau noch 3. Da hier ist Kies ohne Ende. Was soll denn das? Ich brauche kein Kies. Ich brauche den Scheiß Kieb, ich lasse mich in Ruhe, Kieb. Ah, ich muss nicht. Ich lege noch irgendwas weg. Ich schmeiß mal den Diamanten weg. So, jetzt habe ich... Scheiß flimmt. So, jetzt aber... Komm, jetzt kommt der Kieb. Eisen brauche ich hier auch nicht. So. Bist du schon draußen? Nein. Ich bin jetzt auf Höhe... Was weiß ich? Ich bin auf Höhe 50. Ich glaube, wir sind so ein Stück. Kann sein, kann sein. Das brauche ich jetzt mal nicht. Ich grabe mich jetzt hier hoch. Das ist mir sonst zu doof. Erde und da kommt wieder eine Höhle. Das darf nicht wahr sein. Ist das jetzt eine Höhle? Ne, das war nur eine optische Täuschung. Eine optische Höhentäuschung. Ja, ich glaube, ich bin wirklich unterm Bergwald. Jetzt bin ich schon auf Höhe 65. Ja, dann bist du gleich oben. Ja, top, wie das kommt. Da kommt wieder Erde. Gutes Zeichen, gutes Zeichen. Solange kein Kiel kommt und kein Wasser. Kein Cobblestone mehr. Genau. Und ich bin unter einer Spinne rausgekommen. Und es ist Nacht. Ah. Ich will hier raus. Spinne, lass mich in Ruhe. Es schneit. Ist ja schön. Es schneit. Cool. Ja, ich will auch raus. Moment. Du kommst unter einem Fichtenwald raus. Okay. Stimmt, ich komm unter einem Fichtenwald raus. Oh, hallo Spinne. Lass mich in Ruhe. Ja, wir müssen uns sowieso teleportieren. Mhm. Alter, was ist hier los? Auf der einen Seite regeln wir jetzt auf der anderen Spiegel. 7, 2, 1, 2, 6, 7, 6, 7, 4, 1. So. Weil dann beenden wir das Ganze nämlich auch schon mal. Jo. Äh, TP. Weil irgendwas scheint schon an meiner Tür zu klopfen. Mhm. So. Bist du da? Wo bist du denn? Ja, ich bin hinter dir. Hinter mir. Hier. Ach, da. Genau. Und wir packen unsere Sachen mal rein. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder für unsere Aufnahme. Wir waren halt viel unter Tage unterwegs. War aber auch mal ganz gut. Würde ich sagen. Verliebe ich in deinem eigenen Haus. Ja. Ja, hier. Guck, guck. Hier. Die Seite. Wo bist du? Da. Ach, da unten. Genau. Ja. Soll ich mein Zeug ablehnen? Äh, in die Endertruhe. Weil da kannst du dann in Folge 400 wieder drauf zugreifen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für heute. No. Ne? Dann sehen wir uns in Folge 400 wieder. Und bis dahin sag ich einfach mal Tschüssi. Sprecher. innerer. Tych. Endertruhe. vampires.